Digitale Kommunikation wird für Museen und Galerien immer wichtiger, doch bleibt viel Potenzial unangetastet. Diesem Problem nimmt sich die Bachelorarbeit Kunstmuseum St. Gallen Girls Social Media an. Für drei Wochen übernahmen Eloy Martinez Facebook, Instagram und Twitter des Kunstmuseums St. Gallen. Verschiedene Posts wurden ausprobiert, wie zum Beispiel emersive 360-Grad-Bilder oder kurze Videos für die Facebook-Seite. Nach drei Wochen wurde Resümee gezogen. Auf allen Kanälen konnten die Reichweite und Follower deutlich gesteigert werden.